Willkommen zu einem neuen Part SimCity. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, also wir haben jetzt wenigstens die Krankenversorgung wieder im Griff bekommen, glaube ich. Also ich höre jetzt nicht mehr so viele Leute husten. Es sind zwar jetzt ein paar Millionen gestorben, aber das macht nichts. Nee, aber so viele sind gar nicht gestorben, glaube ich. So schlimm war das im Endeffekt nicht, außer dass ich halt zwei fette Gebäude verloren habe. Die Feuerwache und die Polizeiwache. Ich hoffe nicht noch mehr. Ich hoffe nicht noch mehr. Warum ist das immer noch gelb? Wollen die noch eine oder was? Die Einwohner müssen vor der ganzen Verbrechung ihrer Stadt gestürzt werden. Dann weitern sie schnell ihre Polizeikräfte. Ja gut, dann erweitere ich die halt noch. Dann bauen wir die halt mal aus. Ja, aua, aua. Aua. Oh, scheiße, ist egal. Ähm, nee, nee, noch in der Gefängniszelle jetzt nicht. Ja, das muss aber jetzt mal reichen, denke ich. So. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Wert, äh, Wertstoffsammelwagen noch zehn weitere Müllhammer leert. Äh, wo ist denn der Wertstoffsammelwagen? Ähm, nee, das, achso, das war Feuer. Der Sammelwagen, nee, das war Abwasser, ähm. Wasser, Abwasser, Müllentsorgung. Äh, da ist er. Wir sind ja gar nicht unterwegs. Vielleicht nur so ein Garage, naja. Kostet jetzt nicht so mega viel. Ah ja, siehste. Hatten wir doch gar nicht. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Okay, wir haben schon, äh, gehandelt. Wir stellen jetzt nur eine Handelszentrale. Und ich mach, oh Gott, ich mach Verluste. Okay, wie kriegen wir das jetzt wieder in den Griff? Das müssen wir jetzt mal überlegen. Ähm, wir müssen vielleicht mehr, äh, hier rauf Wert legen. Wir hören jetzt mal gerade auf zu importieren. Äh, und zwar... Komm, das machen wir mal so. Ich weiß nicht, ob es das jetzt ausbringt. Hier, Kohle haben wir recht viel im Lager. Brauchen wir da denn noch mehr? Erstmal nicht, denke ich. Dann stoppen wir das jetzt nochmal. Ah, ich hoffe, das war richtig. So. Woran liegt's denn? Was frisst denn so viel Gesundheit? Polizei? Parks? Ah. Steuern könnte ich erhöhen. Komm. Einfach mal alles hoch hier. Hm. Also ein... Oh, und schon mach ich 18.000 Gewinn. Vielleicht lag's ja daran, wer weiß. Kann man das... Ich will's nicht übertreiben, aber... Was ist das eigentlich für... Ach so, die Gestrittete. Oder was? Ne. Jedenfalls haben wir Steuern erhöht. Okay, mal gucken, ob die, äh, weiterhin zufrieden bleiben. Stimmt, ich hab mich nie in die Steuern gekümmert. Die hätte man wahrscheinlich schon längst mal hochschrauben können. Und dann geht das auch vorwärts. Äh, vorwärts. Warum tun ich das so komisch? Äh, komm, wir machen... Äh, einfach nochmal, um zu gucken, was passiert. Wahrscheinlich gleich null Einwohner. So. Dann würden wir fast 5.000 Gewinnen pro Stunde machen. Das ist gut. Gut, dann wollen wir mal Zeit vorantrehen. Und denen geht's wohl noch ganz gut. Und es geht auch voran. Okay, sehr schön. Ja. Das Industriegebiet könnte man vielleicht... Ich würd's ja gerne noch ein bisschen ausbauen. Äh, ist auch Nachfrage. Nur wo, ist halt die Frage. Jetzt langsam wird's halt der Platz knapp. Das ist ja immer das Problem von SimCity. Ah, das würde ich aber auch nicht so wirklich machen, weil der ja gleich Wohngebiet ist. Komm, haben wir jetzt mal drauf geschissen. Wir brauchen halt mal Industriegebiet. Und das machen wir jetzt, egal ob da jetzt Wohngebiet angrenzt. Ist eh schon im Arsch, was da ist. Weil wir da, ne, hier ein Ökrafwerk reingestellt haben. Daher schlimmer kann's eh nicht werden. Haben wir jetzt ein bisschen Industriegebiet dazubekommen. Und komm, was soll's? Hier unten auch. So. Äh. Ja, und da auch. Es tut mir leid, lieber Einwohner. Aber Geld. Genau. Und wir kriegen wieder Einwohner dazu. Das heißt, alles ist super. Puh, und, äh, Einquatsschloss. Oh je. Na super. Da haben sie wieder das angestellt. Ah, okay. 76.000, es geht also wirklich voran jetzt. Sehr schön. Äh, behalten Sie, behandeln Sie nur drei Kräger und Patienten. Sind wir dabei. Na, Handelszentrale. Wie teuer war die nochmal? Äh, hat man da überhaupt schon nachgeguckt? Handelszentrale, die findet man wahrscheinlich unter, äh, ne? Ähm. Unter. Wo findet man die, äh, die Handelszentrale? Oder muss man die, äh, direkt? Ne, keine Ahnung, oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Ich denke, nein. Okay, wo findet man die Handelszentrale? Jetzt mal kurz lesen. Parks ist klar. Öffnet, nein. Bildung kann es an sich nicht sein. Polizei eh nicht. Gesundheit auch nicht. Feuer auch nicht. Müllelsorge auch nicht. Verwaltung. Ne, das bestimmt nicht. Das mit Sicherheit auch nicht. Handelszentrale. Ähm. Warum finde ich die jetzt nicht? Die gibt es wahrscheinlich an irgendeinem speziellen Ort. Steht das da vielleicht irgendwie? Stellen die Handelszentrale auf. Ja, nur wo finde ich eine Handelszentrale, ist die Frage. Ähm. Ihr wisst es mit Sicherheit. Ich mache mich hier wieder total zum Deppen. Ähm. Handelszentrale. Ach, Mensch, hier gibt es ja jedes Mal Unterkategorien. Hier auch. Nee. Hier auch nicht. Okay, das war also nur da. Trotzdem, Handelszentrale müssen wir demnächst mal schauen. Vielleicht schreibt ihr es mir in die Kommentare oder ich finde es selber noch raus. Habe ich gar nichts bis jetzt dran gedacht, dass, äh, es also auch sowas gibt. Sammeln sie einen Anteil, 50 Euro zu Zinsern behandeln. Yay. Cool. Schade, dass wir da kein Geld für kriegen. Zusätzliche Stadt, möchten Sie erfahren, äh, wie Sie an... Okay, jetzt könnten wir auch, also das hätten wir wahrscheinlich auch schon davor gekonnt, aber hätten wir eine neue Stadt beanspruchen. Ähm. Brennst du da schon wieder? Ehrlich jetzt? Das wurde eben erst gebaut, oder? Da hat es ja eben erst gebrannt, Leute. Ähm, ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, ob wir uns langsam dran machen wollen, eine neue Stadt, äh, aufzubauen. Oder ob wir hier noch ein bisschen bleiben wollen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Äh, ja. Ja. So. Jetzt geht's ab mit dem Geld. Äh, jetzt bauen wir als allererstes mal eine... Ne. Hier eine Kläranlage. Das machen wir mal da hin. Ja. So. Hat zwar jetzt eine Stange Geld gekostet, aber ich denke, das ist ganz gut so. Ähm, so. Genau, ein richtiges Krankenhaus, wollten wir auch noch machen. Sicherheitsabteilung in der Region. Hier brauchen wir eine Sicherheitsabteilung. Welsherrevier, Max, das Herrenhaus, Wutrum, Französische Polizeiwache. Das ist dann eine Sicherheitswache. Abteilung. Achso, Abteilung, jetzt. Abteilung. Das ist alles noch nicht genehmigt, hm? Äh, eine Sicher... Hier. Rathaus-Upgrade. Können wir denn das Rathaus upgraden? Äh, nein, noch nicht. Okay, wir 30.000 Einwohner erst. Zu viele Keime. Ja, würde ich ja gerne beheben. Aber, ne? Die wollen ja nicht. Die wollen mir, ne? Es hängt alle mit so... Ich will ein Krankenhaus bauen. Das kann ich aber nicht, weil ich eine Sicherheitsabteilung habe. Aber ich erreiche nicht so schnell neue Leute, weil ich kein Krankenhaus habe. Weil dieses ist so ein Teufelskreis. Aber na gut, irgendwann wird es klappen. Ähm... Dann bauen wir jetzt nochmal hier die Kliniken ein bisschen aus, würde ich sagen. Dann bauen wir hier nochmal einen Patientenflügel und vielleicht nochmal so einen... Hier. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Wir verdienen jetzt wirklich ganz gut. Dann haben wir das alles schön in den Griff bekommen. Puh. So, und da noch. Und da noch. Damit wird das schon mal ausgebaut. Ich denke, das macht es dann nochmal besser. Ähm... Recyclingzentrum. Genau, das wollten sie auch noch haben. Ähm... Recycling ist wahrscheinlich bei... Müll... Ähm... 111.000. Ähm... Ja... Doch, wir sparen jetzt mal kurz drauf. Wir warten mal kurz. Und dann stellen wir das Recyclingzentrum auf. Ist, glaube ich, ganz gut. Kann man zusätzlich was verdienen? Ja. Komm, jetzt steig... 8.000 fast pro Stunde. Nice. So. Okay, jetzt können wir... Ähm... Recyclingzentrum. Das stellen wir... Ähm... Hier hin. Zack. Okay, da ist es. Jetzt sind wir zwar pleite. Aber wir können recyceln. Nice. Da bin ich jetzt gespannt, wie das abgeht. Vielleicht können wir dann auch nochmal die Steuern hochschrauben. Oh, die... Mh... Lieber nicht. Das Abwasser machen. Wir wollen hier einen Park. Okay. Parks. Stimmt, sind ein paar abgefackelt. Machen wir mal ein paar Basisparks. Obwohl, ne, die sind nicht so schön. Naturparks. Ähm... Machen wir mal da einen hin. Jetzt habe ich zwar ein großes Gebäude abgerissen. Das wollte ich an sich nicht. Egal. Da noch einen hin. Das macht gar nicht so viele froh. Warum nicht? Machen wir denn mal einen Sportpark? Irgendwo hin? Oh, die sind immer so... Obwohl gar nicht... Äh... Da. Ach, die sind nicht so zufrieden, oder was? Äh... Ja, wollt ihr noch einen Park? Und kriegt da einen Park. Ähm... Hier ein kleines Feld. Ja. Kommt Freude auf, ja? Und... Warum werden die denn nicht? Achso, die suchen wir da weiter. Mhm. Okay. Echt, so viele Parks habe ich schon aufgestellt. Interessant. Einen Todschluss. Oh nein. Ah. So. Was hätten wir hier noch? Stellen Sie Handelszentrale. Finden wir noch irgendwann raus. Die sollen nur zehn weitere Mülle einmal lernen. Die Wettbewerbssammelwagen. Ich habe da jetzt schon... Naja. Müllverbrennung können wir noch... Ja, komm. Jetzt, wo wir es haben. Warum nicht? Abladebereich. Kann man auch einfach so bauen. Äh... Haben wir gar keinen Platz für. Ja. Für so einen Bereich. Die können wir zum Glück hier neben hinterstellen. Äh... Machen wir gleich zwei Stück noch von. So. Ich denke, das ist ein bisschen besser. Machen wir es später. Ich lasse es hier noch ein bisschen da hängen. Wir machen das bei einer anderen Stadt später. So. Ja. Dann läuft es ja jetzt recht rund. Ein bisschen. Ja. Dann würde ich einfach sagen, war es das für den Part. Oder für die zwei Parts, die ich jetzt aufgenommen habe am Stück. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Und ja. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, lasst knacken und bis zum nächsten Part. Haut rein. Euer Christian. Hier gehtitisch. Ich weiß nicht, köper rei. Ich vermute uns dann gleich mal. Und das ist doch derartional Kahl. Et wie�를... Wenn wir meine Marvinolate isn't zu ver velocityigen.